Hey Freunde, willkommen zurück bei Yakuza Zero. Hier gibt's wieder direkt auf die Fresse. Warum auch nicht? Bam! Fängt schon mal gut an. So, du bist als nächstes dran. Zack. Und dich mach ich im Drawler-Mode mal fertig. Den hatte ich schon lange nicht mehr benutzt. Aua, 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 aua. Aber ein schöner Takedown. Das war ein sehr schöner Takedown. Okay, wir erinnern uns, beim letzten Mal in der SM-Session hab ich das hier als Gear bekommen. Man kann Gear anscheinend bis zum Total von 10 anhaben. Und das bringt mir 9 Defense, 9 Blade und Firearm 8. Also das Ding scheint anscheinend echt cool zu sein. Und wir waren ja auf der Suche nach weiteren Obdachlosen, die für Tachibana Real Estate arbeiten. Falls ihr euch erinnert. Leute, ich versuch, grad mal ein bisschen im Baller-Mode weiterzumachen. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass ich mit diesem Banner dem irgendwie nochmal ins Überziehe auf dem Boden. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Anscheinend nicht der Fall. Ähm, was haben wir denn hier für einen Shop? Ist das ein Restaurant? Ist das ein Shop? Wird gern, ähm, noch ein bisschen aufstocken an Health. Und bevor wir das machen... ...nehm ich natürlich hier noch was. Also, wie schaut's aus? How can I help you? Ich würde gerne etwas kaufen. Und zwar... ...drei Stück davon. Und tschüss. Und tschüss. Ich find das Spiel so cool, gell. Ähm... Wenn ich's net aufnehmen müsste, würd ich's, glaub ich, stundenlang am Stück spielen. Musst halt immer wieder zwischendrin Pause machen, wegen Video zu lang. Und dann danach schneiden, bearbeiten und so weiter. Schade, dass ich's in dem Sinn dann so selten spielen kann. Ah, hier vorne geht's weiter. Ist auch direkt ein Speicherpunkt vorne dran. Ist natürlich nicht unbedingt verkehrt. Direkt... ...bevor es weitergeht, nochmal zu speichern. Ah, funktioniert so nicht. Okay. Ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. Ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. Das ist doch nicht so ein Bonus. Ah, ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. Ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. Ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. Ey, das Speichern ist so ätzend. Ich bin mir nicht mehr so ein Bonus. horrible. Ach so? Ja, Nabe. Wenn man so kreier, dann wird man die Hände nicht weg. Was? Ja, das ist doch. Wenn man mit einem Halschisch kreier, dann kann man es kreier. Wenn man, wenn man die Halschisch kreier, dann wird man etwas zu viel, wenn man eine Halschisch kreier. Ah, das ist gut. Man kann es kreier, aber man kann es kreier. Ah, ich muss den saufen bieten. Ist klar, dass jetzt alle die Hand heben, weil sie alle saufen wollen. Oh, jetzt wollen sie noch was Spezielles. Es ist wahrscheinlich schnell zu geben, was sie wollen. Oh Gott. Der will nur ein Bier. Was willst du? Sweet Potato Soju. Oh Gott. Wird das irgendwo gespeichert? Ne, ne? Das ist natürlich kacke jetzt. Da hinten liegt was. Guck mal, da liegt was. Miho Tono Type A Card. Schön. Okay, wir holen jetzt erstmal Bier. Sake. Champagner. Okay. Ich will gerade mal gucken, was die noch so wollen. Whisky. Sake, Champagner, Whisky, Bier. Ich packe in meinen Säufer Koffer. Habe ich jetzt einen ausgelassen? Sake, Champagner, Whisky, Bier, Potato Zeug. Okay. Gucken wir mal. Gehen wir mal in den Popo Shop. Im Popo Shop kann ich nämlich gleichzeitig diese Nebenquest ein bisschen boosten. Wo hier die Freundschaft hochgeht. Bei der guten Himo. Och, jetzt kann ich nichts mehr tragen oder was? Er wollte mich verarschen. Ich kann doch jedes Mal, wenn ich irgendein Item kriege, das Zeug in die Itembox schicken. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Na gut, dann gehen wir halt zurück zu den Pennern. Haben wir nämlich einen Speicherpunkt und gleichzeitig eine Itembox. Gucken wir mal. So, Use Itembox. Helfen Heat. So, das sollte ja reichen. Wir sind jetzt sechs Plätze frei. Fünf Getränke brauche ich. So. Okay, was kannst du mir geben? Sweet Potato Sunchu. Danke. Sochu. 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 Sochu des. Jetzt haben wir das zumindest mal. Ähm, das wäre mir auch am schwersten im Gedächtnis geblieben. Wenn ich ehrlich bin. Bier, Champagner, Whisky, Sake. So, da oben ist der nächste Shop, sehe ich gerade. Oh Gott. Okay, das ist ein Restaurant. Das ist auch ein Restaurant. Wird das auf der Karte, ne? Restaurant, Restaurant. Ah! Einkaufen. Gehen wir mal hier hin. Das ist echt blöd, dass man, dass man da keinen, ähm, keinen Waypoint setzen kann oder sowas. Das hier ist das, ist auch ein Restaurant. Okay. Okay. Can you help me? Ah, komm. Wenn wir schon dabei sind. Und... Bam! Das war's aber noch nicht, oder? Schön geblockt und direkt auf die Fresse. Warum auch nicht? Ja, ja. Mir tut's auch leid. Blablabla. Ruby Blade bekommen. Sehr schön des. Äh... Wie komme ich da rein zum Einkaufen? Ich hab da oben, links eben, sogar extra so ne Sprechblase gesehen. Oh, jetzt geht's schon wieder auf die Fresse. Du auch noch. Jetzt nochmal hier schön. Ja, sehr gut. Den letzten wollte ich mir schnappen. Wo ist er denn? Ah, da. sehr gut. Allerdings scheine ich im Brawler-Modus nicht so viel Geld zu kriegen für die normalen Aktionen, die ich mach. Ach... So, was haben wir denn hier? Guess what I have for you. Ah, da kann man Klamotten kaufen, ne? Alter, wie viel Zeug ist denn das? Hier kann ich CP-Exchange machen. Für... was? Gotta go fast. Dash longer, recover more quickly. Okay. Battle Money Magnet. Yes. Business nix mehr. Interessant. Jetzt hab ich ja hier... Weapon. Holy shit. So, ich wollt doch, aber eigentlich... Gibt's doch so lustige Klamotten, oder nicht? Dragon of Dojima Pack. Alter, wie viel Zeug? Wie viel Zeug? Wie viel Zeug? Wie viel Zeug? Sag mal hier... Das hab ich auf Twitter gelesen, dass es... äh... rausch ich aus durch... Stamina Royale. Die Gold Plate. Ja, krass. Komm den Rest nehme ich auch noch mit, wenn ich schon mal da bin. Zack, 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 zack. Equipment. Jetzt haben wir hier... einen Haufen Waffen. Von Increased Firepower. Äh... Ich will das Schwert mal nehmen. Als Waffe im Kampf. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich komplett voll bin wieder, ne? Äh... Was für mich bedeutet, ich muss speichern gehen. Beziehungsweise an den Speicherstand gehen, um Zeug in die Itembox zu hauen. Use Itembox. Also die Teller kann ich später verkaufen, für gutes Geld. So wie es aussieht. Äh... Wo ist eigentlich das Saufzeug, was ich geholt habe? Keine Ahnung. Ich sehe hier nirgends... Ah doch, Speed Potato. Das war das einzige, was ich geholt habe bisher, ne? Komm, das holen wir alles später. Im Moment brauche ich noch nichts. Ich will jetzt mal kurz die Waffe testen. Um die Waffen zu benutzen, muss ich glaube ich nach unten drücken. Ja. Geil. So, jetzt wieder auf die Waffe wechseln. Ey. Hat er Schiss. Oh, das gab aber wenig Cash. Grad mal 84.000 Yen. Ist ja nix. Witz ist das. So... Gucken wir mal. Was haben wir hier? Restaurant? Ähm... Ich wollte hier in den Drugstore, genau. Genau. Also, aus dem Weg. Was brauchen wir noch? Sake, Champagner, Whisky... ...und ein stinknormales Bier. Hier waren wir, glaube ich, vorhin drin, gell? Ja. Ja. So... Die haben halt einfach gar nix. Scheiße. Have a nice day. Ja. Vielen Dank für nichts. Gehen wir als nächstes hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Gucken wir mal... Gehen wir mal nach Süden. Das sind ein paar Läden. Ne, ich will mich jetzt nicht prügeln. Danke. Ich will jetzt echt mal einkaufen, gell? So. Wir hatten hier was. Hier was. Und hier was. Also gehe ich erstmal ganz nach unten. 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 Und fange hier an. Was ist der Ring, der hat? Das ist doch ein Restaurant. Ja, ich will eins weiter. Eins weiter, bitte. Oh, das sieht nett so aus, als hätten die SUV. Äh, ich glaube, da brauche ich, brauche ich gar nicht, gar nicht groß suchen. Äh, 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 äh. Brauche ich nicht. Ach ja, der große Sucheinkauf. Ist doch ein Popo-Shop? Ja, ich will. Haben die hier was anderes? Whisky. Das ist auch nochmal Whisky. Barley Shochu brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Tee. Das ist ein Bier. Ja, Bier. Tee. Whisky. Das war ja Scotch Whisky, den wir brauchten, oder? Oder? Das heißt, wir brauchen nur noch, äh, Champagner. Ich nehme es einfach mal mit. Vielen Dank. Vielen Dank! jetzt gucke ich ob ich Champagner noch kriege gute Champagner 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 Discount Store with many items Discounter gibt es vielleicht nur schäbischen Champagner aber es gibt vielleicht Champagner oh mein Gott Could be something serious I should ask around so möchte ich ja komm nee komm mach mal beim nächsten Mal oder so haben wir ja hier noch das Ausrufezeichen das wird also vermutlich stehen bleiben äh ich schaue es denn hier aus was ist das für ein Laden Laden für Taschen so was haben wir hier noch ein Popo Store es ist der wo wir schon waren es ist der wo wir schon des öfteren waren Convenience Store es wird es wahrscheinlich sein wo wir hin müssen also ganz nach Norden ok ganz nach Norden und dann nach Westen beeilen wir uns mal ja ich weiß dass hier die Story weiter geht aber nicht für mich im Moment not for me so was ist denn mit dem Laden da vorne ah das ist ein Restaurant nevermind ach komm die wollen auf die Fresse guten jakuza zack du kriegst auch noch mal und du weil du so schön frätst 260.000 jen könnte besser sein könnte besser sein könnte aber auch schlechter sein hey Jotto Jotto warte da ist er da ist der Stoer gute Stoer und ab geht's zap 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 hallo ok haben wir den Sarke schon ich glaube schon die haben kein Champagner die haben kein Champagner die kein Champagner warum haben die kein Champagner was bleibt mir dann noch übrig Dode Popo Shop da waren wir schon Discount Store vielleicht Porn Shop das ist der Schreiten genau den hat man ja schon ist das Erotik Videos kann sein dass ich den halt schon hab ne den Champagner potato whisky scotch whisky barley shochu ich glaub nicht dass shochu Champagner ist glaube ich echt was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte ist doch in dem Laden hier sales important brands das ist jetzt ein bisschen gay ist ein bisschen gay aber wir sind schon zu lange in der Folge deswegen ich vorschlag dass ich hier jetzt speichern werde den Part beend und beim nächsten Mal gehen wir einfach mal zu den Pennern und ja komm komm gib mal vorher verteil mal noch ein paar Kopflüsse warum eigentlich nicht oh Junge ey jetzt reicht's hoch hopp 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 sehr schön jetzt aber auch kaputt fucking krippe es geht mir auf den Sack es geht mir echt auf den Sack aus dem Weg gut drückt mir die Daumen dass ihr Champagner habt wir werden es im nächsten Part erfahren bis dann